Hey, this is a story! How about that? And what's something to hold on there? When an echo can't stand on the way down there? When an echo can't stand on the way down there? Wieso lachst du jetzt? Hä? Was denn? Warum lacht ihr mich jetzt aus? Ich hab's nicht so akustisch nicht verstanden. Das war Prinz von Bel-Air. Kennst du das Lied nicht? Hä? Ach so! Voll gut, man. Das hat mir richtig gut gefallen. Danke. Wollen wir hier Bubu machen? Jo, warte mal, ich muss mal grad laut machen. Bei mir bist du immer so leise. Ja, das ist sehr traurig. Ja, es ist was super tolles passiert. Alter, ich frage mich einfach, wie das... Wie schafft man das? Ich habe diese Mobfarm so sicher gebaut. Ich habe die... Weiß nicht, der hat eine Atommarme gegen klatschen können, da wär nix passiert. Aber irgendein Spasti, Taddel, geht dann da hin und mach die einfach kaputt. Ich zeig euch das mal gleich. Ich hab auch nix mehr. Hä? Gehst du auch ins Bett? Was? Ach so. Ach so, ja klar. Moment. Liegt ja so rum so seit Stunden. Ja, sag doch was. Ach Gunde, ach komm, lass mal... Komm in Spätchen. Ohhhh. 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 Erstmal ne Karotte essen. Ja. Das könnt ihr beim Paddel sehen, wie er das angestellt hat. und die alles zerstellt hat. Alter. Ist das laut. Seid ihr behindert? Ich hasse euch. Ja, gut. Wieso denn? Aber ich war das im Prinzip nicht. Im Großen und Ganzen. Nö, nö. Trotzdem. Wie macht man das denn jetzt hier wieder ganz? Ja. Haben sie schon vermehrt? Äh, ich mach da jetzt gar nix. Weil ohne Kack, ich kann mir nicht durchgehen um alles hier kümmern. Das ist richtig behindert. Und ich habe jetzt wirklich so viele Parts für die Gemeinschaft aufgebraucht. Warum ist hier kein Zaun? Leute, ich kann es natürlich versuchen. Nein. Oh fuck. Oh fuck. Aber du könntest... Was denn? Da kommt schon der erste Skelett Boy. Du könntest natürlich ein bisschen Stein farmen und dann da ne Kiste hinpacken und den Stein reinpacken, damit der, der das repariert hat, Stein hat. Falls du so nett sein willst. Ich könnte... Warte mal. Ich leuchte mal ganz kurz hier aus, damit... Oh. Oh, perfekt. Mit einer Fackel. Das wird richtig hell hier. Nicht, dass ihr gleich hier alle geblendet werdet. So. Hoffentlich. Bitte. Du meinst, ich könnte hier ne Kiste hinstellen mit Cobblestone? Ja. Das heißt, du willst mich so richtig zu deinem Sklaven machen und sagen, hier mach mal die Drecksarbeit. Deine Folge wird eh kacke. Da kannst du auch Cobblestone fahren. Das ist das, was du mir sagen möchtest. Die wird richtig schlecht, Alter. So wie alle deine Videos. Oh Mann ey. Richtig fies gerade. Ich fühle mich grad getroffen und bin auch ein bisschen... Ja. Ein bisschen am Wein mit einem Kletschauge. Ja stimmt, ich hab ein Kletschauge, Freunde. Ah, das geht eigentlich. Das ist schon ein bisschen mehr. Ist halt... Wir haben gerade kurz nach 3 Uhr nachts. Mitternacht, sollte ich schon was sagen. Ist aber richtig. 3 Uhr nach Mitternacht. Sagt man das so? Ja, sagt man. Perfekt. Toll. Und deswegen darf ich auch ein Kletschauge haben, Freunde. Das stimmt. Ihr seht ja gerade auch bei meiner Facecam, dass ich gerade keins habe aktuell, weil ich einfach nicht so kacke aussehe wie Izzy. Ich find's ja cool, dass du trotzdem wirklich jedes Mal mit Facecam aufnimmst, aber dass du noch so Probleme mit dem Schnittprogramm hast, dass das irgendwie nicht annimmt. Genau seit Jahren. Oh Mann. Ja. Seit wann machst du YouTube? Hä? Seit wann machst du YouTube? Vier. Einhalb. Also Let's Plays. Ja. Und die haben das immer noch nicht gefixt mit der Facecam, ne? Ja eben. Ist alles ein Bug. Hast du das schon mit mehreren versucht eigentlich? Jaja. Ja, ist richtig wiss. Auch mit mehreren PCs, aber irgendwie geht das nicht. Voll komisch. Du warst ja auch schon mal hier und hast hiermit versucht aufzunehmen, sobald sein Gesicht in der Facecam ist. Kommt da so eine Maske drüber. Das sieht aus wie eine Maske, aber das ist ein magisches Dreieck. Das ist ein magisches Dreieck. Jaja. Ach Leute, das ist schon sehr sehr spät. Und ich fahr'n Cobblestone. Warum? Weil der Manu mir das gesagt hat. Ja, ich finde irgendwie viele machen voll wenig für die Gemeinschaft. Das stimmt. Unter anderem der Isi halt, ne? Richtig. So ein Egoist. Ja. Ein Egomane sozusagen. Ein Egotschmeiner. So, das muss reichen. Wie viel hast du denn? Hm. Hm. Fünf. Sechsundsiebzig. Oh. Das reicht eigentlich, oder? Ne, eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ist okay. Sag doch einfach mal für die Zuschauer ja, damit die mir nicht böse sind. Ja, klar. Reicht. Perfekt. Perfekt. Ähm, genau. Mir wurde ja gesagt, dass man das hier noch verbessern kann. Was denn? Ich habe das allerdings falsch probiert in meiner Singleplayer-Welt. Weswegen, ich dachte, es geht einfach nicht. Hm. Das hört sich sehr traurig an. Alter, ich hab richtig geweint. Richtig viel, oder was? Richtig viel. Wie hoch stand das Wasser bei dir? Äh, elf. Elf, ne? Ja, ja. Der klassische Wert. Elf. Elf. Einfach. Vor allem, hier ist doch eine Kiste. Warum soll ich denn extra noch eine Kiste hier hinstellen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum ich dir so eine Scheiße sage? Die Mobfahrt. Ich bin doch der Beste. Was? Hier. So war das doch hier. Hier kommt doch Cobblestone hin. Oh, ne bitte nicht. Und da kommt Cobblestone hin. Dann war das hier noch. Ähm. Ich bräuchte eigentlich... Kannst du mir mal ganz kurz irgendwie fünf Steine geben? Oder sechs? Ja, was willst du denn noch? Soll ich denn noch irgendwie was überweisen? Oder so? Brauchst du noch finanzielle Unterstützung? Ja. Elf Euro, wenn nicht. Elf direkt? Was hast du vor mit den elf Euro? Geht dich gar nix an. Ne, ich brauche keine Steine von dir. Von denen nehme ich keine Euro an. Jetzt bin ich direkt hinter dir irgendwo. Wahrscheinlich. Direkt hinter dir? Wahrscheinlich irgendwo? Alter. Ich bin fast tot. Hab ein halbes Herz. Das halte ich im Gerücht. Das ist mein Spruch. Wie viel brauchst du? Hier, 14. Komm, da. Oh, danke, danke, danke. Willst du mehr noch? Ne, ne, reicht. Ich muss das nur backen, damit ich da anderen Stein habe. Ja, gebacken. Ne, ne, ich verarbeite das dann nochmal. Achso. 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 Dass ich unten ohne Spitzhacke bin. Achso. Und dass ich anscheinend die Fackel weggeballert habe. Ich baller dich gleich mal weg, Junge. Geil. So ist das geil. Uiuiui. Ein Zombmann. Ein Zombmann. Ein Zombmann. Zombie ist auf dem Server, habe ich gerade gesehen. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Vor allem, wie ich einfach nur nachgucke. Naja, es ist spät. Okay. Gebackt sich gerade. Alles klar, wer bist du? Und wieder weg. Und wieder da. Und wieder weg. Und wieder da. Und wieder weg. Und wieder. Was ist denn hier los? Ach, bin ich behindert? Ja, was ist das denn? Ich mach das nicht. Ich bin etwas behindert. Ich glaube, ich bin nicht so der richtig bewanderte Mensch dafür, um jetzt hier wirklich ernsthaft das Ganze zu reparieren. Nee, nee. Nee, nee, bitte nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wurzel Aussetzer. Verzei... Ai, ei, ei. Aha. Hm. Kann man giftige Kartoffeln pflanzen? Hahaha. Keine Ahnung, aber ich würde es nicht machen. Ich will es jetzt versuchen. Wir haben noch... Haben wir jetzt schon in diesem Part über richtig eklige Sachen geredet? Ich glaube nicht, ne? Wir könnten eigentlich nochmal die Ohrläppchen absaugen. Doch, Kletschauge. War ja schon ein bisschen eklig. Ja, aber das verkörper ich ja auch. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehst du mit deinem Namen, ja. Dafür stehe ich mit deinem Namen. Hahaha. Es ist spät, ja? Komm jetzt nicht so. Soll nicht so kommen? Sonst gefällt dir das immer. Nee, nee. Komm mal anders. Oh, jo. Oh, jo. So ist doch geil. Oh, ich hab was falsches abgebaut. Höh! Richtig fies, oder was? Richtig heftig. Was macht man denn mit so einem grünen Kartoffelboy? Ich weiß nicht. Genau, dann machen wir das so, damit das schöner aussieht. Perfekt. War das überhaupt so? Ja. Nein, so war das gar nicht. Oh! Oh! Übertreib. So war das. Dann kann ich nämlich hier mit Shift. Oh, ich Idiot. Guck mal, ich hab den Cableston Generator nochmal verändert. Wie? Ja, pass auf, jetzt nenn ich das Cableston Generator 6.0. Kommt jetzt beides in eine Kiste, oder was? Jetzt alles in eine Kiste. 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 Das find ich geil. German. Oh, ja. Let... Weiß nicht, wie der Kerl heißt. Dann erlesen. Ähm, magst du mich an deiner Budowatia bauen, was? Äh, du bitte zuerst. Wie? Ja gut, dann ich halt. Äh, okay, hab vergessen. Achso, ne, ich find das gut, dass du da so an der Cobblestone-Boys-Dingens... Ja. Dass du das machst. Was? Geht das überhaupt? Ich find das gut, dass du das machst, was du machst. Äh. Äh, hast du mal zu meinem Turm hochgeguckt? Hast du mal zu meinem Turm hochgeguckt? Guck mal hoch. Guck mal hoch. Sieht man überhaupt das Ende? Alter. Man sieht das Ende. Doch, doch, man sieht's noch. Schade. Ey, aber... Was ist denn dein Ziel? Das Ende. Gibt's ein Ende? Es gibt ein Ende. 255. Wahrscheinlich. Nicht, dass es nachher zwei Ende gibt. Ende. Was? Wie soll das denn gehen? Also jetzt wirst du wieder ein bisschen unrealistisch. Ja. So ist das echt nicht geil, 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 geil. Ich bin fleißig hier am Farmen. Ähm... Nennt man das so? Das coole ist, wir haben ja jetzt schon wieder Mittwoch. Der Party ist für Mittwoch. Mhm. Und das bedeutet, dass ich meine Diamanten umsonst ausgegeben habe, denn ich glaube nicht, dass noch einer vorher das Leder zusammenbekommt, damit ich einen Verzauberungstisch hin packen kann. Genau, also wenn du wirklich was für die Gemeinschaft machen willst, dann könntest du natürlich angeln. Hab ich doch nie gesagt, dass ich das will. Doch. Okay, was soll ich da machen? Ja, angeln. Ich habe übrigens gesehen, im Changelog hast du was geschrieben von Eisen. Ja, wenn ihr Eisen findet, packt das in die Gemeinschaftsruhe. Ich weiß nicht genau, wie ich es bekommen habe, ob ich es irgendwie durch den Job mobs... Durch die Mob fahren wahrscheinlich. Echt? Ja. Okay. Ja, geil. Das hab ich. Soll ich das in die Mitte packen? Ja, da ist auch schon ein Eisen drin. Ähm, kann das sein, dass Kartoffeln so richtig wenig geben? Muss man die erstmal backen? Du musst die unbedingt kochen oder backen. Okay. Braten, nicht backen. So brät dat geil. So brät dat geil, 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 geil. Macht es eigentlich Sinn in den Ofen Kohle zu packen oder ist Holz sinnvoller? Äh, du kannst auch Holzkohle machen. Wir haben ja gar keine Kohle. Also ist es sinnvoll die Kohle reinzupacken, ja. Anstatt Holz? Du kannst ja auch mit Holz was braten. Du machst sozusagen Holz, verbrennst du mit Holz. Ja. Und dann bekommst du Holzkohle und das soll angeblich mehr bringen. Achso, ja, ja, klar. Aber um jetzt meine Kartoffeln zu backen, kann ich auch jetzt einfach erstmal Holz reinpacken. Ja. Genau. Das geht auch. Oh, Spitzsacke. Kaputt. Eineinhalb Stacks. Machen wir die noch kaputt. Und dann gehen wir zurück. Ist das ne Farmerei, alter. Ich habe ungefähr ein Part lang nur Stein gefarmt. Und diese riesen Wand, äh, nach oben fertig zu kriegen, die jemand da sieht an meinem Turm. Mhm. Und es reicht nicht. Es reicht ja noch nicht mal. Das bedeutet, wahrscheinlich muss ich nur an die 20 Parts durchgehend steinfarmen, um diese Türme fertig zu bekommen. 20 Parts möchtest du steinfarmen. 10 bis 20 bestimmt, ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Die ziehe ich mir alle rein. Dann mache ich so einen Abend, weißt du, dann treffe ich mich mit meinen Freunden, alle zusammen. Und dann gucken wir uns deine 20 Parts an, wie du, äh, die gefarmst. Ja? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. So wär das geil. Mal gucken, was ich kriege. So wär das echt geil, 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 geil. Hm, wupp, 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 wupp. Da, 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 da. Ach. Ach, Etsy. Jo, jo. Genau. Wahrscheinlich, Etsy. Ja? So. Hier das Nacht rum. Oh, zu wenig. Oh, es wird Nacht. Oh, mein Gott. Oh Gott, das wird die erste Nacht in meinem eigenen Bett. Oh. Magst du mit drin schlafen? Übernachtungsparty angesagt. Übernachtungsparty, Leute. Übernachtungsparty. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Aura. Übernachtungsparty angesagt. Heute mit Schnettetorte, tja. Bist du im Bett, oder eigentlich? Nee. Hatte ich auch nicht vor, warum? Oh, Mann, ich lag schon drin. Das ist traurig. Wo bist du denn jetzt? Hast du echt nicht vor? Nein, ich bin am Farmen gerade. Ich kann überhaupt nicht. Wie soll ich das sagen? Erzähl. Ah. Nee, komm. Das lässt jetzt, ne? So, was habe ich denn jetzt noch vor? Also eigentlich, also was mein Hauptplan ist, ne? Ist ja tatsächlich eine PvP-Arena zu bauen. Weiß nicht, ob du davon schon erfahren hast. Ah ja, habe ich gehört in dem Part, ja. Weißt du, anstatt etwas Sinnvolles zu tun kannst. Kannst dir ja vorstellen, wie das aussieht, wenn ich in der PvP-Arena baue. Das wäre schon richtig toll. Kannst du auch noch einen kleinen Garten machen. Jetzt ist die Frage, einen Garten mit Pool wollte ich noch haben. Ah ja, das habe ich auch gehört. Ich gucke ja deine Praxis natürlich. Du weißt alles, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, was mache ich? So. Das ist nämlich jetzt die Frage, Freunde. Was mache ich jetzt? Was macht er jetzt, Leute? Äh, es gibt viele Fragen. Und die Hauptfrage ist, was macht er? Haha. Was macht er jetzt? Erzähl doch mal, was machst du denn da gerade? Alles Paletti bei dir im Schritt. Das und viel mehr seht ihr in der nächsten Folge Minecraft over. Ja, sie haben gefickt. Wir haben ja... Wer gefickt. Ein Eisenschwert und ein Smaragd brauchen wir um ein verzaubertes Eisenschwert zu bekommen. Ein Eisenschwert und ein Smaragd haben gefickt? What's up? Was? Wir brauchen Bücher für ein... Alter, was ist denn los? Was ist denn los, ey? Komm, fickt mal ein bisschen mehr. Los, Leute. Habt ihr gehört, Leute? Hahaha. Los, Leute, fickt mal ein bisschen mehr. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was ab? Ach, mein Schnitzel. Schnitzel. Gibt's jetzt im Angebot. Bei Real. Glaub ich nicht. Real-Vendateurs, bitte Geld, danke. Das war jetzt schon wieder zu viel Product Plays und deswegen will ich jetzt gerne Geld dafür haben. Nein! Ach, Mann. Ach, Mann. Bin ich behindert? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Wir sollten den Part so langsam mal beenden. Echt? Fräulein. Oh, Mann, das geht immer so flott hier. Ja, ich hasse das. Oh, ich versuch grad wieder ne Tür auf Half-Step zu bauen. Half-Step. Und dann wundern sich alle, wenn ich vorproduziere, wie so ein Spasti. Warum machst du denn das? Ja, weil ich halt spielen will. Ah, okay. Ich hab Spaß. Ist wirklich so, ne? Mir macht das auch richtig Spaß. Man sieht's mir vielleicht manchmal nicht an, aber... Mit deinem Kletschauge. Hahaha. Man sieht's mir zwar manchmal nicht an mit dem Kletschauge, aber... Das Kletschauge wirft manchmal so einen falschen Eindruck hier auf das Ganze. Oder... Ah, gut. Ja, egal. Ich hab vielleicht einen verdrehten Blick auf das ganze Geschehen. Hahaha. Ja, wir sollen jetzt... Wir sollen jetzt aufhören. Sag grad die Regie. Die Regie? Ja, ja. Regie? Schnell! Oh, 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 oh! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bewerte den Part. Tschüss! Es ist... Da war natürlich alles über die Es telling, die Erricht Seite und ich immer sind.